Ich dachte, die hatten nur so ein, zwei Lied, aber die hat ja ein komplettes Album, die Fotze. Hehe. Schon ne geile Fotze, oder? Ey, ich hab grad so hardcore Bock auf Black Ops 3. Ich weiß nicht warum. Ich glaub, wegen meinem Snipeskill. Ey, man kann nicht Quickscope'n in Farquay. Ey, Zeit, hier ist ein Weißkopfseeadler. So einen hab ich in echtem Leben gesehen. Das... Ey, das triggert mich grad unnormal. Ich glaub, ich zeig's gleich meinem Vater. Entsieht euch mal dieses Arschloch an! Gebt mir Deckung! Ey, Zeit! Aber... Kein Wunder, dass ich immer blühe bin, wenn ich so viel rede. Guck mal, den hab ich in echt gesehen, Zeit. Ich hab ihm Küsschen gegeben auf sein Schnabel. Ja, hab ich! Ich war doch heute im... Ähm, Adlerpark. Ja. Ja, wir... Da... Da sind die Adler rumgeflogen. Das... Da war heute freien Eintritt und ich war mit der Maßnahme mit der Adlerwarte. Ja. Und natürlich total nüchtern... extrem spaß. Also echt gechillt, alter. Die Adler waren echt entspannt. Aber weißt du, was das Schlimme war? Das ist so heiß auf dem Berg war. Da war es mit Abstand... Es hat sich angefühlt wie 40, 50 Grad. Weil es halb so hoch oben war. Und die Sonne hat so geknallt, ey. Ja. Ja. Ich muss schon sagen, das war ein Spaß. Ich finde, ich höre mich heute echt ultra glücklich an. Aber bei mir war es ganz warm, weil die Sonne direkt auf uns gescheint hat. Ja, unser Berg war... Es war eine schöne Aussichtszeit. Ich habe mich gefühlt wie Batman. Der Berg, der war schon groß. Also der war schon einen halben Liter. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie groß der war. Wie soll ich es erklären? Ja... Weiß ich nicht. Lemgo. 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 Was ist das Ding? Entschuldigung. Weiß ich nicht. Was ich es ehrlich fand. Also die Frau von der Maßnahme hat mich nochmal aus dem Auto geholt. Und hat mir erstmal Deo gegeben. ja aber aus dem grund weil deshalb so heiß werden wollte und die wollte nicht dass ich unangenehm auffülle oder so nein ja aber nein aber das liegt daran weil ich ja mein kollege übernacht hat und die dachte ich konnte mich nicht fertig machen und so und dass das deswegen sein könnte ich denke nicht dass ich gestunken habe weil ich eigentlich nicht schütze ja nein mir war heiß es muss man muss ja nicht direkt schützen wenn ein heißes weiß was meine ja es war belastend ich dachte mir auch in dem moment aber zum glück hat jetzt gesagt alter sonst ist egal welche ohne die um auto gewesen das wäre voll belastend gewesen ist auch so es sei denn schenkst du mir zu meinem nächsten geburtstag ein deo das ist eigentlich voll huren so stell vor du hast eine freundin und du schenkst ihr einfach ein deo so das wäre voll belastend oder also kann ich mir gut vorstellen was mögen die ich habe ein deo ist nur ich hab's vergesst aufzutragen ich bin vergeblich behindert ja sowas muss ich echt ein bisschen mehr achten das stimmt auch schon da was ich bin drin hehehe ich könnte ewig in die landschaft hinaus starten ja du hast du hast du hast er du hast du hast du hast du hast wir Ich komme nicht darauf klar, ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein soll, ob ich es aufnehmen soll und in den Guinness-Wörter-Rekord reinstellen soll, oder... Ey, soll ich das... Kannst du das in den Guinness-Wörter-Rekord reinstellen? Zeit? Jetzt schläfst du doch auf YouTube, Alter. Das Typ rede 10 Minuten ununterbrochen. Soll ich... Soll ich das auf YouTube stellen, ey? Ey, scheiße, ey. Das ist peinlich. Ach, egal. Ich weiß nicht, aber... Stell ich das jetzt auf YouTube? Ich muss wieder YouTube-Content bringen. Oh mein Gott, Alter. Ich komm nicht mal... Klar. Das hat mich grad selbst geflasht. Ich hab 10 Minuten ununterbrochen geredet. Er hat die Uhr gestimmt. Das ist echt traurig, ey. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Leute, tröstet mich. Ich weiß nicht, wie ich mir irgendwas schenkt. Ich hab voll den Überblick vom Spiel verloren. Ich glaub, das merkt man. Ich hab keinen Plan mehr, was ich überhaupt mache. Alter. Wieso hör ich auf mein linken Ohr nicht mehr? Ist mein Herz nicht kaputt? Ich weiß nicht, dass es kaputt ist. Oder mein Ohr ist kaputt? Ey, seit... Ich komm darauf... Ey, ich bin grad so dumm, ob ich... Ich bewege mich ins Quark heute einordnen. Guck auf der Karte, flieg mit den Helikoptern, guck wieder auf der Karte. Und weiß nicht, wo ich hingehe. Fuck. Nee, aber so einen Typ wie mich findest du nicht mehr im Leben. Glaub mir. Junge. Puhhaha. 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 Ich bin... doof, ey. Ja, Leute, ich bin grad high mit meinem Helikopter. 200 Meter oder so. Was? Ja, ich glaub ich steh das auf YouTube, weil ich... Weiß nicht, ich hab keinen Plan für meinen Content. Deswegen lad ich einfach irgendeinen Farfall-Content hoch, wo ich viel geredet habe. Ich wollt's eigentlich nennen, irgendwie so... Rederekord. Puhhaha. Ich möchte mir selbst mal anhören, um ehrlich zu sein. Puhhaha. 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 Puhh... Ja... Ich würde mal sagen, Amphetamine wirken bei mir, Junge. Puhhaha. Also Leute, das passiert, wenn man erst mal ein bisschen Gras drauf, und danach... sich ein toser Speed angehört. Aber Fläsch des Todes, macht's nicht. Wo flieg ich eigentlich grad hin, ey? Ich hab keinen Plan. Ey, sein, guck dir dann an, wie ich gespielt habe. Bitte, guck's dir an, bitte. Ich bezahl dich auch dafür, dass du dir das anguckst. Du kriegst ein Nachfläsch. Ich hab keinen Plan gehabt, was ich mache in dem Spiel. Ey, sein, ich flieg mit nem Helikopter. Ich weiß nicht, wie man landet. Ich bin gelandet. Okay, Leute, jetzt geh ich rein mit meiner Waffe. Ich quickscope die so weg, Leute. Let's go, alte Adlerauge, aktiv. Ich renne, renne. Ich muss aufpassen. Ich bin aktiv. Ey, ich muss mich ans Leben klammern. Wenn ich normal sterbe, dann... ...dann raste ich aber aus, Leute. Ich lösche meinen ganzen YouTube-Kanal. Das ist mal ernst. Ja, Leute, sorry für den Low-Content, den ich momentan bringe. Ich dachte, ich lade einfach irgendwas hoch momentan, weil... ...ich keinen Plan habe, womit ich weitermachen soll. Ich sollte echt mal wieder ein gutes Kampffspiel haben. Oder einen guten Shooter, der mich richtig reinzieht, den man gut für YouTube aufnehmen kann. Dass ihr mal wieder Spaß habt. Aber ich finde so ein Redekontent ist auch recht lustig. Wenn ihr Langeweile habt, so... ...un Typ zu gucken, wie er Farquay zockt. Vor allen Dingen, ich zock ja auch grad so aggressiv mehr so, weißt du, so... ...quickscope schnell und so... ...und ja... Ich finde, ich rede grad mehr als Amun-Ra. Ich weiß nicht, ob ihr Amun-Ra kennt, aber das ist so... ...halter Knacker. Lade. Ich spüre grad so eine fucking Euphorie. Ich bin tot. Ich bin so tuff. Nein, ich hab aufgegeben. Fuck. Fuck, ey. Aber Leute... Weißt du, das ist vielleicht echt ein bisschen cringe, so... ...wie ich manchmal bin, so... ...aber... ...was wäre das Leben, wenn man die ganze Zeit nur heulen würde? ...wenn man die ganze Zeit keinen Spaß haben würde an den Sachen, die man tut? Jetzt mal ganz ehrlich. Was wäre das Leben dann? Was... Ich finde, das Leben ist ne tolle Sache. Es hat Höhen und Tiefen, haha... ...wie der Helikopter, haha... ...hahaha... 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 ...haha... ...hahaha.... ...hahaha... 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 Ich glaub die Leute denken, ich hab Crack geraucht, Junge. Wirklich, Mann. Fuck. Aber mein Sodbrennen ist weg durch das ganze Gerede, das ist schön, Leute, ich bin so froh, dass mein Sodbrennen, dass mein Magen wieder besser geht und ich bin noch mal gestorben. Ey Leute, wenn ihr eine Idee habt, was ihr machen könnt für meinen Kanal, sagt's mir ruhig, Leute. Ich kann alle Games aufnehmen, mach alle Gameplays, Leute, und kann euch auch gut unterhalten, so Tipps geben, so Pro-Tipps, so, let's go, Sniper, Quickshot, Triple-Timer, Weapon, ey. Ich bin wieder tot. Ey Leute, so low Gameplay seht ihr nicht immer von mir, das liegt dann, weil ich gerade echt scheiß Spiele und keine Ahnung, ey. Leute, erst mal jetzt an meine Inselrette ziehe, nachdem ich das ganze jetzt vergessen habe. Zeit, ich rede mit dir. Es ist Zeit, das Video musst du mal deinen Kollegen zeigen und dein liebstes Mädchen, Junge. Ja, aber sagt denen, ich bin, also ich bin nicht auf Crack, aber ich bin, es fühlt sich so an, als wäre ich auf Crack. Es fühlt sich so an, als wäre ich auf Crack. Ich bin wieder abgestürzt. Was sagst du dazu, Tai, oder? Ey Zeit, kennst du das, wenn du dich vor Lachen wegpinkelst? Ey Zeit, was sagt der Timer? Ey Leute, ich hab heute so ein Lachflisch und Lachflisch hatte ich noch nie mein Leben beschwörst, ja. So lange. Aber weißt du, das Leben ist so schön, um traurig zu sein. Das Leben ist glücklich wie ein Schmetterling und mit Farben wie ein Regenboden. Oh mein Gott, ey. Ey Leute, er will sich umbringen. Wie süß. Wie Spaß, Spaß. Ey, ich kann grad nicht spielen, okay? Also wer das Video sieht, ey, ich bin grad voll mit Scheiße. Keine Ahne, ey. Ich hab keinen Plan, was ich grad mache. Ey Zeit, das Video muss ich mal den Warfilm-Typen zeigen, ey. Ich lad's echt auf meinen Kanal, dann sehen die anderen Leute, was für ne F... Leute, Alter, jetzt zieh ich mal durch, ey. Ich probier mich zu konzentrieren, wenigstens ein bisschen. Lasst's go, wir nehmen die Bazooka. Jetzt gehen wir hier hin. Aber ich hab Spaß am YouTube gerade, also, ja. Ich weiß nicht, soll ich immer so kommentieren? Oder eher, äh, ein bisschen leichter. Ach egal. Ey, wo sind die Gegner? Das ist ein Buffalo. Haha. Ey, ich hab ihn so genommen. Haha, wie geil. Scheiße. Die Spiel fickt meinen Kopf, ey. Nein. Ich glaub, ich schieß noch mal auf den Buffalo, oder? Haha. Was? Ja, ich rede oder lache, Alter. Ich bin zu dicht, gerade. Ich mach' ich halt nicht zu ernst. Ich soll das Video Nico nicht zeigen. Ich schick das mal Nico. Das ist alles wegen dir, weil du mich wachgehalten hast heute Nacht. Haha. Hey Leute, ich glaub' ich hab' zu stark Endorphin und Dopamin released gerade. Ist mein' ich ernst. Das ist krass, ey. Haha. Ich schleiche mal den Hund. Oh, Hundi. Voll süß, ey. Das Spiel macht mich grad so glücklich. Ich glaub' ich lad' echt ein paar Video davon hoch. Ich hab' aber, ich speichel' nur ab, ey. Ich speichel' es mal ab, ey. Hey!